Hallo Petros, wir sind zurück und haben eine dringende und brandaktuelle Nachricht für dich. Ein Rekordverkauf in Millionenhöhe beim Borussia wurde gerade bestätigt. Um mehr über diesen Verkauf zu erfahren, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Benachrichtigungen und bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten von Borussia. Jordan Bayer, 22 Jahre alt, verlässt nach einer achtjährigen Reise den Borussia Mönchengladbach. Der Verteidiger wird vom frisch aufgestiegenen FC Burnley in der englischen Premier League angezogen. Der Transfer wurde offiziell vom englischen Verein auf ihrer Website am Mittwoch, den 10. Mai 2023, bestätigt. Im September 2022 verließ Bayer vorerst leihweise den Borussia. Beim FC Burnley wird er die Möglichkeit haben, mit dem ehemaligen Verteidiger Vincent Kompani, 37 Jahre alt, zu trainieren. Was als Laie begann, entwickelte sich schnell zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Bayer entwickelte sich zu einem leistungsstarken Spieler, Burnley sicherte sich selbstbewusst den direkten Aufstieg in die Premier League zurück, und Gladbach freut sich nun über einen Geldregen. Der Manager von Borussia, Roland Wirkus, bestätigte die Kaufoption von 15 Millionen Euro während der jährlichen Hauptversammlung am 17. April 2023, und der Transfer ist jetzt offiziell. Bayer hat einen Vertrag mit Burnley bis 2027 unterschrieben. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich habe mich hier seit dem ersten Moment wohlgefühlt, sagte er in einer Erklärung. Ich liebe es, im Turfmoor zu spielen und mit den Fans zu feiern, und ich hoffe, dass es in Zukunft noch mehr solcher Momente geben wird. Dies ist ein Rekordtransfer für Borussia. Ja, die Entscheidungsträger von Gladbach haben noch nie eine so hohe Ablösesumme für einen Spieler aus der eigenen Jugendakademie erhalten. Bisher gab es keine offizielle Reaktion des Vereins. Begrüßt! Begrüßt! Untertitelung des ZDF, 2020